Fußball ist der größte Sport der Welt. Jeder einzelne Mensch auf der Welt schaut Fußball. Jeder einzelne Mensch kennt den FC Bayern München. Deswegen war es ein wahnsinniges Ereignis, das ich hier spielen durfte. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal wird. Es hat mega Spaß gemacht. Wir haben für einen guten Sekt viel Geld gesammelt. Das ist die Hauptsache. Das andere ist nebensächtig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss noch ein bisschen trainieren. Ich hoffe, nächstes Mal spiele ich etwas besser. Ich fliege heute nach Hause. Da werde ich ein paar Tage Ruhe haben. Die New York-Verbereitung ist ja schon unterwegs. Dann geht es wieder weiter mit dem Tennis-Circuit.